Beatrice Egli, einer der bekanntesten Stars der deutschen Unterhaltungsindustrie, hat nicht nur durch ihr musikalisches Talent, sondern auch durch ihr buntes Privatleben die Aufmerksamkeit von Publikum und Fans auf sich gezogen. Kürzlich sorgte sie mit der Ankündigung für Aufsehen, dass ihre Liebe zu Florian Silbereisen, einem weiteren Star der Unterhaltungsbranche, mit einer Hochzeit enden wird. Dieses Geständnis von Beatrice Egli löste eine Welle von Kontroversen und großes öffentliches Interesse aus. Fans haben begonnen, Fragen zu stellen und nach Informationen über ihre Beziehung zu Florian Silbereisen sowie über ihre Hochzeitspläne zu suchen. In der Zwischenzeit haben Nachrichtenseiten und Medien nicht aufgehört, über diese Geschichte zu berichten, um sie zu analysieren. Hinter der überraschenden Ankündigung von Beatrice Egli verbirgt sich die romantische und süße Liebesgeschichte zwischen ihr und Florian Silbereisen. Die beiden haben im Laufe der Jahre viele unvergessliche Momente miteinander verbracht und eine besondere Bindung aufgebaut. Ihre Liebe ist nicht nur ein Geheimnis, sondern auch ein Lichtblick in ihrem Leben. Die Hochzeit wird für Beatrice Egli und Florian Silbereisen nicht nur ein wichtiges Ereignis sein, sondern auch eine Gelegenheit für sie, ihre Liebe und ihr Glück mit der Welt zu teilen. Dies wird für sie eine Gelegenheit sein, ihre Wertschätzung und ihr Engargument füreinander zum Ausdruck zu bringen und es ist auch ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer glücklichen und stabilen gemeinsamen Zukunft. Obwohl es keine konkreten Informationen zu ihren Hochzeitsplänen gibt, ist klar, dass diese Hochzeit große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in den Medien erregen wird. Die Fans werden gespannt auf neue Informationen zu diesem besonderen Ereignis sein und sind bereit, die Freude und das Glück dieses berühmten Paares zu teilen. Für Beatrice Egli und Florian Silbereisen wird die Hochzeit ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg und zugleich ein Meilenstein am Ende eines neuen Kapitels in ihrem Leben sein. Dies ist für sie eine Gelegenheit, ihre Liebe und ihr Engargument füreinander zu beweisen und auch eine Gelegenheit für sie, Aufmerksamkeit und Unterstützung von der Öffentlichkeit zu erhalten. Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben mit der Bekanntgabe ihrer Heiratspläne viele Menschen überrascht und begeistert. Dies ist ein wichtiger und bedeutungsvoller Schritt in ihrem Privatleben und ein Ereignis, auf das sich Fans und die Öffentlichkeit freuen. Für Beatrice Egli könnte es ein großer und bedeutungsvoller Schritt sein, mit ihren Heiratsplänen an die Öffentlichkeit zu gehen. Dies ist nicht nur eine Liebeserklärung an Florian Silbereisen, sondern auch eine Gelegenheit für sie, ihr Glück mit der Welt zu teilen und Unterstützung von der Öffentlichkeit zu erhalten. Die Hochzeit wird für sie und Florian eine wichtige Gelegenheit sein, vor Freunden, Verwandten und Fans ihre Liebe und Verbundenheit zueinander zu zeigen. Auch Florian Silbereisen, ein Top-Moderator und Sänger, wird großes Aufsehen erregen, wenn seine und Beatrice Heiratspläne bekannt gegeben werden. Aufgrund seiner Popularität und seines guten Rufs wird er jedoch in der Lage sein, die Situation professionell und behutsam zu meistern. Ihr Liebesgeständnis beweist, dass das, was wir denken, manchmal nicht falsch ist und dass eine Beziehung an Orten bestehen kann, die wir nie erwartet hätten. Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben gezeigt, dass sich aus Freundschaft Liebe entwickeln kann, und ihre Beziehung ist der lebende Beweis dafür. Ihre Geschichte zeigt, dass auch in der Welt der Stars echte und bedeutungsvolle Verbindungen bestehen können. Ihre Geschichte inspiriert viele ihrer Fans und Kollegen und ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Freundschaft in Liebe übergehen kann. Ihre Hochzeit wird sicherlich ein unvergessliches Ereignis in der Unterhaltungsbranche sein und viele Herzen berühren.